Und die Mama Jungfrau die werden wir uns jetzt anholen damit wir hier vorwärts kommen Ja Was? Wird sich jemand verschaukeln oder was? Nein, 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 ich will dir nur hier die Blumenpracht zeigen, absolut Was? Yes Warte mal eins, zwei, drei, vier Ja, aber da ist genau das Ding in der Mitte Ja Das ist blöd Wo komme ich hier? Ja, hier komme ich hin Hoffentlich Klapp nun aber 400.000 Schaden Wow 400.000 Wie komme ich hier rum? Weißt du was? Einmal Mach ich doof Ich bin ein doof Zeig Ja Erledigt 10.066 Ja Das war die nächste Marmorfigur Boah Wir kommen gut voran Sehr gut Hui, jetzt werde ich dabei nach reingeluncht Aber absolut Ja Oh, jetzt habe ich Sahne gehabt Oh Herz erweisend, dann sage ich euch Auf kleinen Raum Warum So viele Menschen ISO Kannst du sagen, wie du willst Ja Da ist noch was, warte mal Wir werden weiter fliegen Das war noch nicht alles Nie und nimmer Ne Ich kann es mir nicht fahren Obwohl 2, 2, 2 von allem Das ist eigentlich machbar Wenn da mehr nicht sind Ist das okay Da unten ist auch noch halt Jetzt gehen wir nochmal hier Ja Ob hier noch was ist Aber jetzt sieht nicht danach aus Gut Hier sind kaum Versteckmöglichkeiten Hm Naja, kaum ist nicht richtig Bloß nichts sehen lassen Ne, ich versuch's Ich versuch's Aber das wird so nicht funktionieren Nein Dann nehmen wir wieder unser Zweites Luxus Teil Die beiden lasse ich erstmal da wo sie sind Die besser gesagt die drei Und werden uns Genau Oh Ohm, jawoll Schön weggeholt Einen haben wir Oh, einen Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Na gut Sollen wir jetzt wurscht sein Oh, ich sag ja Die stehen hier auf engstem Raum Komm her Komm her Kann der mich sehen? Nee Komm her Hm Nehmen wir den? Der kann mich aber sehen Ich hoffe nicht Du, Big Bud Oh, das sieht ganz schlecht aus Nee, doch nicht Hätte ich jetzt nicht gedacht Aber die Rüstung ist besser geworden Die ist viel besser geworden Ja, auf jeden Fall Viel, viel besser Jawoll Ich hätte ihn natürlich runtergeschmissen Ja, wäre nicht schlimm gewesen So Da war da gerade noch einer Der ist jetzt weg Hm Und diese beiden stehen jetzt da Das ist aber kacke Schon wieder so zusammen Was, was? Ja, Moment, Moment Richtig Sekunde Nein, da Möge ich doch, der schnallt da nicht Dann sind wir gut Immer ruhig bleiben Immer ruhig bleiben Musste verstehen So, die Hypnofockel Die Enden hypnotisieren wir mal Ja, passt Alles gut Weg damit Wir haben da hinten eine Reserve Ja Haha, die ganzen Uh, wo ist die denn? Ganz da oben Zack Weg So Ähm Ja, die werde ich wohl Mit One Hit Nein, das ist noch nicht Warte mal Ich könnte... Äh, jetzt haut der da ab Wiedersehen Riecht doof Ja, ja, ich muss halt wieder um... äh... Ich muss umdenken Hm Zack Der müsste direkt mit weg sein Ja, der Fahrer Ist hier nicht Eine Fackel Reserve und ein Schatz Aber wo ist die eine Reserve Aber wo ist die eine Reserve? Hm Oh Wo ist die eine Reserve? Halt Halt Der ist hier drinnen Hallo? Ach guck mal, das war gar kein War zwar ein Schatz, aber der gehörte nicht dazu Wo ist denn die eine Reserve? Ah 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 Da ist sie Ja Hab ich ja gar nicht illustriert Hm Nun gut Ist ja nicht so tragisch Ne Sehr gut Können wir hier raus Hier Und da unten ist er Herrlich Ganz unten Das geht nicht Aber so Funktioniert Sehr schön Ah Ja, ganz kühl und trocken werde ich das hier Wir haben moderiert jetzt schon immer so Und Ja Jetzt müsste das doch erledigt sein, ne Ja Die getreuen Wächter Ja, jetzt sind sie nicht mehr so getreu, die Wächter Ne, sind alle getreu tot Ja So Ja, hier ist das nächste Ist schon wieder so Oh man Die Mamo-Figur Ja, ja Alles klar Ja, jetzt habe ich die Meister-Assassinen-Ausrüstung an Und jetzt bin ich mal gespannt Wie ich damit klarkomme Oder Was die Zu leisten Imstande ist Ja Halt Also Da bin ich jetzt mal klar Habe ich die ausgerüstet Für Ähm Sag schnell Für einen Täter, logisch, klar Aber Aber Wie gesagt Ich weiß nicht, was die zustande ist Im Also Imstande ist zu leisten Ja, ja Werden wir jetzt gleich merken Ja, ob die gut ist oder nicht gut ist Ja, wir haben Ja, wir haben Ah Gut Ne Zack, zack Der kann mich nicht sehen hier hinter Das ist sehr gut Und dann werden wir uns immer ran holen Nein, 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 würde ich mir im Leben nicht erlauben Von wo kommst du jetzt? Und da? Ja, aber dies Schätzchen Ja, hervorragend Ja, die sieht dann Ist nicht nur gut Sieht auch nur gut aus Da, da, die, da Endlich Mein Güter Da dauert aber auch Na, 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 na Nein, nein Ohm Erledigt So, jetzt kommt der zweite Test der Härte Test ja sehr gut wow was passiert wenn die nicht doch wunderbar also ist sie gar nicht so verkehrt nein hat zwar hier und da noch eine kleine Schwäche aber wie gesagt das kriege ich auch noch hin mit Skillung dann passt das schon ja hau mal drauf auf die Persephone genau und hier mal entscheiden von links nach rechts erledigt das ist ich wollte es kann ich das sagen wieder ein Fähigkeitspunkt so da haben wir auch noch ein Fragezeichen das werden wir natürlich auch hinnehmen hingehen hinnehmen hier los da ist ja ein super Typ ehrlich klasse Mann und ja 250 80 80 scheiße nun gut hier sind und alles ja zwei genau da sind sie ja markieren wir uns mal eben auf net da sind die beiden schon wo wo will er denn jetzt mit mir hin mach ich da doch mal hä ach du Schande gut gut guck mal mach kaum Schaden ne warte mal wenn wir eben was anderes machen Moment irgendwo hatte ich doch gerade Jäger Bonus Krieger und dann einen Kopfschuss ne Abklingzeit wo hab ich die denn jetzt Kopfschuss warte mal nehmen wir den so lange ja das ist gar nicht so schlecht obwohl das auch blöd treffen tue ich denn doch ne ne anscheinlich ah jetzt ja ja sag mal wieso treffe ich das Vieh nicht so ja bleib schön da das ist wichtig doch nicht hier das ist aus dem Fokus naja das ist jetzt nicht der Brüller einmal und das war's ja jetzt geht's genau so will ich da wird mit Eisenhut Questgegenstand ja hab ich nichts dagegen absolut nicht ne nicht wirklich so sonst haben wir hier nix ne ne immer ein kurzes Gastspiel mal ebenso auf Nett und Eisenhut naja gut vielleicht brauchen wir es später nochmal